Die englische Premier League geht in die Saison 23-24 und passend zum Saisonauftakt gibt es auch hier natürlich wieder meine Prediction zur Saison, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, wie gewohnt von hinten nach vorne. Und auf Platz 20 ist bei mir direkt mal ein Aufsteiger und es ist nicht Lutentown, die über die Playoffs hochgekommen sind, sondern Sheffield United, die ja souverän als Zweiter aufgestiegen sind. Aber was man bis jetzt auf dem Transfermarkt gemacht hat, ist halt echt schwach, da man sich trotzdem neuen Geld durch den Ausstieg eher verschlechtert wie verbessert hat. Topscorer NDI hat man an Marseille verkauft und nun ganz aktuell auch noch den wertvollsten Spieler Berge, den Sechser verkauft an Mitaussteiger Burnley und geholt hat man im Gegenzug vier junge Spieler aus der zweiten englischen beziehungsweise zweiten französischen Liga und aus Dänemark beziehungsweise auch noch aus Schweden. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wenn man ehrlich ist, auch wenn die Potenzial haben. Mal schauen, ob noch was kommt, aber damit wie es aktuell ist und das muss ich ja beurteilen, kannst du in der Premier League halt einfach nicht mithalten und auch nicht konkurrenzfähig sein. Deshalb habe ich sie tatsächlich sogar auf Platz 20. Und auf Platz 19, ich habe sie eben schon angesprochen, ist Lutentown. Ich glaube, die hat niemand höher wie 19, die meisten sogar auf 20, wenn man so andere Prognosen durchschaut. Da muss man halt sagen, sie haben keine wichtigen Spieler abgegeben. In der Vorsaison haben sie keine gute Hinrunde gespielt, also in der zweiten Liga, aber dafür mit dem neuen Trainer dann eine überragende Rückrunde gespielt. Waren auch in der Rückrundentabelle vor Sheffield, sind also formstärker wie Sheffield und sie konnten den Kader auch noch ein wenig verstärken mit Barkley, Okbene, Kaminski, Chong, Giles und Caboret per Laie. Und damit haben sie vor allem die Schwachstellen geupgradet. Dennoch ist die Qualität eigentlich viel zu gering, um sich Chancen auf den Klassenerhalt auszurechnen. Gerade mit der Infrastruktur, mit dem kleinen Stadion und so weiter, da wird es schon verdammt schwer. Aber ich glaube im Verein und bei den Fans sieht man die Saison im Oberhaus auch eher so ein bisschen als Bonus. Und ich glaube da wäre alles andere wie der Abstieg für Fans wie Verantwortliche eine große Überraschung und ein großes Wunder. Aber dennoch werden sie einfach jedes Spiel in der Premier League genießen, denke ich mal. Und auf Platz 18 wird es jetzt schon spannend, denn die letzten zwei waren eigentlich relativ klar für mich. Für Platz 18, der ja auch noch den Abstieg bedeutet, gab es für mich eigentlich so 3-4 Teams, die dafür in Frage kamen. Letztendlich habe ich mich für die Wolverhampton Wanderers entschieden, denn die Wolves kommen jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Aber sie haben sich jetzt eben vier Tage vor Saisonstart von Trainer Lopetegui nach schwacher Vorsaison getrennt, in welcher er sie noch gerettet hat und nun eben keinen Bock mehr hat. Aufgrund des schwachen Transferfensters des Vereins, denn man hat Ruben Neves, Collins, Cody, Jimenez, Moutinho, Diego Costa und Adama Traore abgegeben und somit einen großen Umbruch zu bewältigen. Zudem lassen die Neuzugänge zu wünschen übrig mit Traore von Metz, der auch schon letzte Saison da war und Matt Doherty ablösefrei, der ja auch schon im Verein bekannt ist, aber jetzt halt eben bei Atletico war. Da der Kader grundsätzlich gut ist, wird man dennoch bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen, aber ich sehe jetzt derzeit keine rosige Zukunft, auch wenn ich von Neutrainer O'Neal eigentlich viel halte, aber ohne Vorbereitung wäre das extrem schwierig. Auf Platz 17 sehe ich dann Nottingham Forest. Die Leitorhüter Henderson und Nava sind weg, dafür hat man mit Matt Turner einen guten Torhüter fest verpflichtet, der aber dennoch ein klares Downgrade darstellt, auch wenn er grundsätzlich echt ein solider Keeper ist. Ansonsten hat man keine Stammspieler verloren und den Kader mit Ola Aina und Elanga noch weiter ergänzt. Letztes Jahr sind sie auf Platz 16 nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt und laut meiner Prediction wird es nächste Saison noch enger in ihrer zweiten Saison im Oberhaus. Auf Platz 16 sehe ich dann Fulham. Sie haben nach starker Hinrunde letzte Saison in der Rückrunde deutlich nachgelassen, auch wegen der langen Sperre von Torjäger Mitrovic, der wohl noch nach Saudi-Arabien wechseln möchte. Als möglichen Ersatz hat man schon Raoul Jimenez geholt und auch Bessi konnte man holen für die Innen- bzw. Linksverteidigung, den ich aber für ziemlich overrated halte. Nächste Saison wird als zweite in der Liga ohnehin schwierig. Die Frage ist halt, ob Mitrovic bleibt oder nicht und davon ist der Ausgang der Saison maßgeblich abhängig. Zudem fällt der zweitwichtigste Spieler mit dem Sechser Joao Palinja zunächst mal ein paar Wochen aus. Sie werden es schwer haben, aber wohl dennoch die Klasse halten. Auf Platz 15 habe ich dann Everton. Nach der Entlassung von Lampard und der Einstellung von Sean Deitch haben sie die Klasse gehalten nach erneutem Abstiegskampf. Sie haben derzeit keine wichtigen Abgänge zu vermelden, dazu ist Bramthwaite von seiner Laie zurück, dann Juma wurde ausgeliehen und Ashley Young unter Vertrag genommen. Entscheidend wird aber auch, ob Calvert-Lewin endlich mal dauerhaft fit bleiben kann. Ich denke, man wird die Klasse erneut nach Abstiegskampf halten können, aber ein bisschen souveräner wie letztes Jahr. Auf Platz 14 kommt laut meiner Prognose Crystal Palace. Letzte Saison haben sie eine stabile Saison gespielt, trotz Trainerwechsel von Vieira zurück auf Hodgson. Der Kader wurde bis auf Wilfried Zaha zusammengehalten und mit Lerma und Franza gut ergänzt, sowohl fürs Hier und Jetzt, als auch für die Zukunft. Wichtig ist, dass man Eze und vor allem Olysee halten kann, dann steht ihnen eine ähnliche Saison wie letztes Jahr bevor, ohne Abstiegskampf mitten im Mittelfeld. Auf der 13 und ja, es fehlt noch ein Aufsteiger und der kommt jetzt mit Burnley. Unter Trainer Vincent Kompany hat man die zweite Liga letztes Jahr im Stile von Manchester City dominiert, die Mannschaft zusammengehalten, bis auf Harwood Bellis und Madsen, die von City und Chelsea nur ausgeliehen waren und jetzt wieder zu ihren Vereinen zurückgekehrt sind und Jordan Bayer hat man von Gladbach fest verpflichtet. Nun hat man sich auf anderen Positionen verstärkt mit Trafford im Tor, Amduni, Redmond und Berge, wie vorhin angesprochen. Mit attraktivem Fußball werden sie meiner Ansicht nach nichts mit dem Abstieg zu tun haben und sich auch einen sicheren Platz im Mittelfeld sichern. Weiter geht es auf Platz 12 und da habe ich West Ham United. Derzeit sind sie so mit am schwierigsten vorherzusagen, aufgrund der vielen Gerüchte um Abgänge wie Neuzugänge. Bis jetzt haben sie nur einen ihrer Stammspieler abgegeben, aber dafür halt ihren mit Abstand am wichtigsten mit Kapitän Declan Rice. Zudem gibt es aktuell halt Gerüchte um einen Wechsel von Paqueta zu City, während auf der anderen Seite die Edson Alvarez Verpflichtung gerade offiziell wurde ohne die Maguire und Ward Browse Verpflichtungen im Raum stehen, neben zahlreichen anderen interessanten Spielern. Zum Beispiel ist man auch an McTominay interessiert, aber da gibt es durchaus noch weitere Gerüchte und es wird auf jeden Fall noch viel passieren, was ich jetzt halt aber noch nicht weiß. Da sie da halt eben so spät dran sind, macht es mir das echt schwierig sie einzuschätzen. Aufgrund des Conference League Sieges spielen sie zudem Europa League neben dem Liga Alltag. Gerade mit einem Maguire wären sie defensiv viel stärker, da dieser perfekt in den Spielstil passt, da sie ähnlich konservativ wie die englische Nationalmannschaft auftreten. Und ja, das meine ich ernst für alle, die sich jetzt hier ein bisschen drüber lustig machen. Maguire ist durchaus ein guter Spieler, wenn die letzte Linie nicht allzu hoch steht und er einfach seine Stärken da besser einsetzen kann. Kommen wir zu Platz 11 und da ist so ein bisschen mein Überraschungstipp, sage ich jetzt mal, mit dem AOC Bournemouth. Nach der sorgenlosen Vorsaison dank der starken Rückrunde unter Gary O'Neal wurde eben jener entlassen, um einen noch vielversprechenderen jungen Trainer mit Antoni Iraola einzustellen, der zuletzt überragende Arbeit bei Rayo Vallecano geleistet hat und mit einem sehr intensiven Pressing zu überzeugen weiß. Er wird den Kader, der mit Lerma einen wichtigen Spieler verloren hat, aber mit Calcass und Kloyward mit zwei guten Transfers verstärkt wurde, weiter verbessern. Gerade die starken und vielversprechenden Neuzugänge aus dem Wintertransferfenster der Vorsaison werden nun nach und nach wichtiger werden und helfen, einen Platz im sicheren Mittelfeld zu erreichen. Und auf Platz 10 in der Mitte der Liga sehe ich Brentford. Letztes Jahr waren sie Neunter, haben sich in der Premier League weiter etabliert unter Frank, der ein herausragender Trainer ist. Kader-Technisch hat man niemand wichtigen verloren, außer Torwart Raja, den man mit Flecken aber fast gleichwertig ersetzen konnte. Zudem hat man mit Collins einen jungen und gleichzeitig Premier League erfahrenen Innenverteidiger dazugeholt. Die Sperre von Tony hingegen schmerzt zwar noch in der Hinrunde, aber insgesamt wird man eine erneut ähnlich stabile Saison spielen und eventuell sogar erneut auf einem einstelligen Tabellenplatz finishen. Aber in meiner Prognose hat es nicht ganz gereicht, denn zu den einstelligen Plätzen kommen wir jetzt und fangen an mit dem Platz 9, wo ich die Tottenham Hotspur sehe. Und das hört sich jetzt erstmal schlecht an nach Platz 8 im Vorjahr, aber lasst es mich erklären. Nach Mourinho und Conte hat man nun das komplette Gegenteil an der Seitenlinie, was den Spielstil betrifft, mit Ange Postekoglu. Dieser setzt stark auf eigenen Ballbesitz und vor allem spielerische Lösungen hinten raus im Aufbau zu finden. Grundsätzlich ist das gut, allerdings ist der Kader überhaupt nicht dafür ausgelegt. Die Außenverteidiger sind Ringbacks, da man bisher in den letzten Jahren nur Fünferkette gespielt hat und werden jetzt aber als inverse Außenverteidiger ins Zentrum gezogen im eigenen Ballbesitz. Die Flügel um Son und Kulusewski müssen die Breite halten, obwohl sie viel lieber ins Zentrum ziehen und Postekoglu hält auch stur an seinem System fest, egal was die Ergebnisse sind und was er für Spielertypen zur Verfügung hat. Auch wenn sie mit den Transfers von Madison und Van de Veen zwei Spieler geholt haben, die perfekt in dessen System passen, so werden sie mit diesem Ansatz dennoch zunächst einmal auf die Fresse fallen. Vielleicht wird es zu Saisonende hin ein bisschen besser, aber dieser Umbruch erfordert einfach mehrere Transferphasen, um einfach die passenden Spieler für das System zu verpflichten. Auf Sicht kann sie diese Art von Fußball definitiv wieder zurück in die Champions League bringen, aber dafür müssen sie geduldig sein und zunächst einmal einige Rückschläge hinnehmen. Aber das beste Beispiel hierfür ist ja Arsenal und wie schlecht die zunächst lange unter Arteta waren im Vergleich zu heute. Auf Platz 8 habe ich dann auch schon Aston Villa und es ist einfach extrem schwierig, die Teams da vorne zu tippen, beziehungsweise vor allem in dem Bereich so hinter der Top 4. Aber zu Aston Villa muss man sagen, sie haben eine sensationelle Punkteausbeute vorzuweisen, seit Unai Emery im Amt ist, war ja so mitten in der Hinrunde letzte Saison, als er eingestellt wurde. Allerdings auch durch eine starke Overperformance, wenn man die erwarteten Punkte mit den tatsächlichen vergleicht. Sie haben sich letztes Jahr für die Conference League qualifiziert und den Kader mit Thielemans, Pau Torres und Diaby überdurchschnittlich gut verstärkt. Ich traue ihnen auch mehr zu, allerdings sind die Plätze halt wie gerade schon gesagt begrenzt und sie werden auch mit den internationalen Spielen zu schaffen haben. Auf Platz 7 habe ich dann Newcastle United. Wie im Vorjahr tippe ich sie auf Platz 7. Damals haben sie zum Überraschen aller das Ganze sogar getoppt und sich für die Champions League qualifiziert. Den Kader haben sie auf einzelnen Positionen erneut geupgradet, vor allem mit Tonali und auch in der Breite mit Lieferamento und Barnes. Dennoch werden sie zum einen mit der Dreifachbelastung zu kämpfen haben und andererseits kommt ihnen die Ansage der Liga nicht zugute, dass die Schiedsrichter viel mehr Nachspielzeit bei Zeitspiel geben sollen, da sie eben die Meister darin sind, den Spielfluss zu zerstören, damit der Ball recht wenig im Spiel ist, aufgrund ihres sehr intensiven Pressings, das ihnen auch zu schaffen machen wird mit so vielen Spielen in der Saison. Auf Platz 6 kommt bei mir Chelsea. Wie Newcastle habe ich auch Chelsea auf dem gleichen Rang, wie ich sie letzte Saison vor der Saison getippt habe. Nach der Katastrophensaison im Vorjahr gab es aber auch einen kompletten Umbruch. 1000 Spieler wurden verkauft und 1000 geholt für endlos viel Geld. Die wichtigsten davon sind wohl Nikolas Jackson, die Sasi, Robert Sanchez und natürlich Christopher Nkunku, der allerdings direkt mal wieder lange verletzt ist. Die Vorbereitung unter Neutrainer Pochettino war definitiv vielversprechend, aber das Team braucht trotzdem noch Zeit zur Entwicklung mit einigen jungen Spielern, wie André Santos beispielsweise als Sechser neben Enzo Fernandes. Sie profitieren vielleicht davon, nicht international zu spielen, dennoch werden sie gerade zu Beginn noch sehr struggeln. Nikolas Jackson hingegen könnte meiner Ansicht nach alle überraschen und nach langem endlich mal wieder ein funktionierender Stürmer für Chelsea sein. Kommen wir zu Platz 5 und das ist so neben Bournemouth mein größter Überraschungstipp, auch wenn ich es persönlich gar nicht mal so abwegig finde, mit Brighton & Hove Albion, denn seit De Serbi im Amt ist, waren sie direkt deutlich besser wie noch unter Potter, der ja dann zu Chelsea geholt wurde. Der Stil von De Serbi ist einzigartig und der Kader ist perfekt dafür ausgelegt. Mit McAllister und Colwell hat man nur zwei der wichtigen Spieler verloren, den Kader insgesamt aber weiter verstärkt, vor allem in der Breite, da man nächste Saison mit der Europa League das erste Mal europäisch spielen wird. Neu sind nämlich Joao Petro, Igor, Dahoud und James Milner, der ihnen mit ordentlich Erfahrung vor allem neben dem Platz helfen wird. Zudem hat man für das Tor Riesentalent Verbrocken geholt, der stellvertretend für das gute Scouting steht, wodurch auch wieder einige Spieler nächstes Jahr wieder für Aufsehen sorgen werden, die jetzt schon im Verein sind, wie beispielsweise Ayari oder Buonanot. Platz 4 ist für mich dann Liverpool. Letztes Jahr war eine sehr schwierige Saison. Seit der Umstellung mit Trent Alexander-Arnold als inversem Außenverteidiger hatte man eine sehr gute Serie und das System wird so auch, wie man in der Vorbereitung sehen konnte, beibehalten. Der Kader wurde ordentlich ausgemistet mit Abgängen von unter anderem Fabinho, Fiamino und Kapitän Henderson. Zudem wurden auch die Neuzugänge an die neue Spielausrichtung mit Positional Play Elementen ausgerichtet mit Soboschlei und McAllister. Sie können die Top 4 zwar wieder erreichen, aber ich sehe sie jetzt nicht irgendwie um die Meisterschaft mitspielen. Dafür ist der Kader einfach noch nicht perfekt für das System ausgelegt, gerade mit Robertson als linken Innenverteidiger in der Dreierkette im eigenen Ballbesitz. Platz 3 und da kommt bei mir dann das erste Manchester-Team, aber natürlich nur Manchester United, bei denen ich mir aber relativ sicher bin, dass sie in die Top 4 kommen werden, da sie es auch letztes Jahr schon geschafft haben, jetzt in das zweite Jahr unter Trainer Ten Hag kommen, der einen herausragenden Job macht und die drei ausgemachten Problemstellen des Kaders verstärkt hat, mit Mount als Achter, Heulund als Neuner und Onana für das Tor, während vor allem Letzterer, aber auch die beiden anderen perfekt in seinen Spielstil passen, denn er möchte ja das beste Condor-Team der Welt werden, wie er gesagt hat, aber sie können durchaus auch Lösungen im Ballbesitz gegen tiefere Gegner finden und so meiner Ansicht nach einen souveränen dritten Platz einfahren. Vizemeister wird bei mir wie im Vorjahr Arsenal. Ich habe direkt nach der letzten Saison überlegt, ob ich sie überhaupt in die Top 4 tippe, auch weil sie zum Ende hin recht ausrechenbar wurden, aber bin jetzt doch davon überzeugt. Man hat nämlich nur Xhaka abgegeben von den wichtigen Spielern, aber auch nur aus dem Grund, dass man ihn ohnehin upgraden konnte mit den Verpflichtungen von Rice bzw. Havertz. Und zusätzlich hat man sich auch noch Timber hinzugeholt und somit drei junge, flexible Spieler verpflichtet. Diese hat man ebenfalls auch schon sehr frühzeitig geholt und so auch schon gut integrieren können. Sie verstärken Arsenal schon im Hier und Jetzt mit mehr Qualität und Breite für den Kader und auch für die Zukunft, wo ich sie sehr gut aufgestellt sehe für einen Premier League Titel in der näheren Zukunft, da die Altersstruktur im Kader perfekt ist und quasi alle Stammspieler noch lange nicht an ihrem Zenit sind und sich alle noch durchaus weiterentwickeln können. Aber aktuell erneut nur Platz 2. Und dementsprechend ist eigentlich alles klar. Platz 1 ist natürlich Manchester City. Was soll ich sagen? Trippelsieger haben jetzt Mares und Gündogan zwar abgegeben, dafür aber auch Guardiol und Kovacic geholt. Aktuell sieht es auch noch nach einer Verpflichtung von Paquita aus. Ich sehe sie wie im Vorjahr als Meister und glaube nicht, dass sie jemand daran hindern kann, da sie in der Liga halt einfach viel zu konstant ihre Punkte holen. Das war sie also, meine Prediction zur Premier League Saison 23-24. Ich persönlich muss sagen, am schwierigsten ist mir tatsächlich so Platz 5 bis 9 gefallen, wo ich alle in etwa auf einem Niveau sehe. Aber ich bin jetzt letztendlich, glaube ich, recht zufrieden mit dem, was ich getippt habe. Auch wenn ich es in einem Jahr wieder bereuen werde, wenn es dann meine Reaction darauf gibt. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Aber auch, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lässt, falls euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Oh.